Versuchen wir unser Glück. Wunderschön. Gas geben, Gas geben. Okay. Puh. An den Geschützen vorbei. Taifun. Ne, wir nehmen Munition. Obwohl. Geh nur noch einen Schuss. Dankeschön. Oh, das sind wieder die Ladung. Scheiß auf die Ladung. Oh, wow. Oh, lauf. Party kostet extra. Ich meinte, mich von hinten zu killen zu wollen. Die können überladen. Vielleicht schaffe ich jetzt bis dahinten hin zu latschen mit der Überladung. Hell yeah, das funktioniert. Ich bin drin. Ein letztes Mal. Komm schon, Michael. Jag das Ding in die Luft. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir haben es fast geschafft. Rot und Zeit. Das war's. Okay, Abschluss Psycho. Ich glaube, wir haben der Verteidigung der Staff einen schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahlrahm. Sichere die Landezone. Ich komme runter. Ich wusste, das Ding ist ja nicht ausgeschaltet. Logo. Das ist für Link, Schatz. Hoffentlich hilft er mir. Das ist verletzt. Auch wenn er ein Arschloch war. Komm schon, wir setzen dem Scheiß endlich ein Ende. Hm, was haben wir denn hier Leckeres noch? Sniper finde ich gerade ganz gut. Oh, der hilft mir. So muss das sein. Ich glaube, die Ales in die Luft. Oh, ho, ho. Das ist ein ziemlich guter Plan. Und da hell, wo kommst du denn her? Du überlebst das nicht. Das ist für Helena Rundtal, oder? Nicht dein Fehler. Aber Gott, sie ist weitergegangen. Wer auch immer das ist. Hallo. Komm her. Gehen wir nicht. Ich glaube, wir müssen die Landezone erst mal klären. Das ist für... Weiß der Teufel wehen. Wie viele sind da noch? Das waren alle. Ne, hier sind noch welche. Okay, ich lande auf dem Plan. Er landet. Triebwerke lasse ich laufen, damit wir schnell rennen können. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Wo auch immer die jetzt herkamen. What the hell? Tot. Okay, lande, 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 lande. Komme. Irgendwie. Hier auch. Unter die Kanone? Das wird episch. Oh, muss ich da hin? Wir setzen uns sogar rein. Viel, viel besser, als das Geschütz zu bedienen. Anschneiden. Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das wird jetzt etwas... Hallo, Leute. Okay, ich fliege zwischen die Häuser. Das dürfte sie auch machen. Mach das. Und das funktioniert? Keine Ahnung. Pass ab. Schüttel ihn ab. Fliegt ausreichend über. Das musst du mir nicht sagen. Mein Wundersvater hat über London Defiance geflogen. Können wir damit? Klar. Wow. War fluchtrasant. Ist das scheiß wie vor uns. Aber nur ein paar Schüsse und das Ding geht schon drauf. Das ist so komisch schnell. Ich sehe fast gar nichts. Ja, wo ist das denn? Da. Am besten hören wir gar nicht mehr auf. Wenn ich mal checke, von wo die kommen, hab ich schon fünf Schüsse abbekommen. Boah, die nerven. Ich brauche gar nicht mehr auf, hin zu schießen. Ich sehe gar nichts. Was? Hoffentlich kommen wir heil raus. Wo ist der? Wo ist der? Vor uns! Ich gucke mich schon die ganze Zeit um, aber ich sehe nichts. Aha! Komplett zerschossen, das Ding. Überall Löcher. Boah, wie viele Runden will er noch hier rumfliegen? Woa, 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 woa. Ich sehe hier nur noch Warnlam. Wie sieht es bei dir da hinten aus? Mehrere Brände, sieht nicht gut aus. Die Kiste fällt gleich auseinander. Okay. Am Boden können wir nicht landen. Ich versuche irgendwie das Los Händengebäude zu erreichen. Von dort hast du einen tollen Blick auf den Strahl. Klingt das gut? Versuchen wir es. Gleich haben wir es. Komm schon! Komm schon! Ich glaube wir. Habts geschafft. Ich glaube wir haben es geschafft. Nimm mir das Ding mit. Scheiße. Kümmer du dich um die Triebwerke. Ich halte sie auf. Oh ja. Oh ja. Genau so. Nur noch Alien fetzen. Mh. Kahn, hau rein. Nur Dropbox. Okay, ich denke wir kriegen ihn wieder zurück. Aber ich brauche noch ein bisschen. Die dürfen uns vorher nicht auf das Flugzeug konzentrieren. Dropbox. Sei geil. Endlich. Komm schon. Das ging mal schnell. Ein Glück. Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Was ist der Teufel? Tönen wir es einfach. Da! Da zieht er mich raus. Da! 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 Das lässt mal, das funktioniert! Ja! Ja! Das lässt mal, das funktioniert! Diese Tentakel. Seth Mastermind. Aus wie so ein Seth-Gottesanbeter. Eintreffer. Ja, sicher. Das kann lustig werden. Lachen wir mal jeden Tag. Oh, meine Energie füllt sich nicht. Bzw. verringert sich nicht. Überladen werden wir noch nicht machen. Er hat das Ding zerstört. Toll. Ich habe das Gefühl, dass die Dinger an ihn schützen. Oh oh. Kurz wahren. Volle Kanne drauf. Irgendwann muss die kleinen Viecher zerstören. So, schon ganz schön am Dampfen. Fuck, ich darf mich davon nicht treffen lassen. Was für ein Katsumon-Spiel. Der verträgt aber ganz schön. Komm schon. Gibt's einfach nicht. Gibt's einfach nicht. Wie kriege ich denn tot? Ich gehe mich mal überladen. Toll. Keine Munition mehr. Ich habe mich für nichts weiter mit Munition. Ich muss nicht verrecken. Standard-Munition. Ich habe keine Waffe dafür. Immer die Elektro-Fall-Spitze. Scheint ihm nichts anzuhaben. Boah, das ist... Nein! Leertaste. Voll. Boah, das macht dem gar nichts aus. Ich habe für nichts mehr Munition. Shit. Da lag nur eine Waffe. Nehmen wir die. Boah, wie viele. Oh mein Gott. Das Vieh macht die unsterblich. Okay. Jetzt gehen wir drauf. Ja. Na. Ja. Ja. Ja.